Hallo und willkommen bei Hardware RAD. Wieder eine neue Folge ausgepackt, diesmal das Silencium PC Astrum AT6V Evo TG ARGB. Langer Name, aber viel Spaß mit dem Video. Das Gehäuse ist jetzt das erste Gehäuse der neuen Astrum Reihe. Und ihr werdet gleich sehen, es ist schon ein bisschen etwas spezielleres Gehäuse. So etwas sieht man nicht oft auf jeden Fall. Und ist auch erst vor kurzem erschienen, ich glaube vor zwei Wochen oder so, ist das Gehäuse frisch auf den Markt gekommen. Derzeit mit einem Preis von 95 Euro. Erstmal zum Karton oder zur Verpackung an sich. Sie ist Silencium PC typisch. Also dieser Look, den kennen wir eigentlich von fast allen Silencium PC Gehäusen. Das macht es jetzt nicht sonderlich leicht, wenn eine Bestellung reinkommt mit dem Gehäuse oder insgesamt mit dem Silencium PC Gehäuse. Da muss man sich immer nach der Nummer unschauen, weil allein vom Karton kann man die echt schwer unterscheiden. Und der Karton ist mittelgroß, würde ich mal sagen. Also ist nicht so riesig wie von einem Fractal Air 6 eher so gesundes Mittelfeld. Dann packe ich jetzt das Gehäuse mal aus und dann könnt ihr es mal in Natura sehen. So sieht das Gehäuse nun ausgepackt aus und eine Sache fällt natürlich sofort auf. Deswegen habe ich es auch so hingestellt. Die Front mit diesen verchromten Metall, oder nicht Metall, das ist glaube ich Plastik, aber diese verchromten Teile, diese Akzente da vorne drauf kann man so sagen. So was kenne ich noch von keinem anderen Gehäuse, also ich weiß nicht, ob so eins existiert. Das habe ich aber bei dem auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen und ist auf jeden Fall mal was Neues, das man so noch nicht gesehen hat. Muss natürlich nicht jedem gefallen, aber es ist zumindest mal was anderes. Ansonsten auch typisch Glasscheibe, also Tempered Glass, Glas, Echtglas, kein Plastik, Echtglas. Und sonst die Form vom Gehäuse, ja es ist ein bisschen breiter angelegtes Gehäuse, also auf jeden Fall jetzt nicht sonderlich dünn, muss ja jetzt erstmal kein Nachteil sein auf jeden Fall. Schlicht schwarz gehalten vorne, Mesh-Optik, also für einen guten Airflow. Vorn ist nicht dicht, sondern offen, das heißt die Kühler können oder die Lüfter können auch bedenkenlos Luft ziehen. Oben sind auch nochmal Lüfterplätze und da ein Staubfilter, den kann man einfach magnetisch abnehmen, relativ einfach. Und ansonsten an den Frontanschlüssen ist zweimal USB 3.2 Generation 1, also quasi USB 3. Einmal USB-Typ C sogar und Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, Reset, Power und ein LED-Knopf für RGB-Steuerung. Ist ja ein ARGB-Gehäuse, also mit einem Knopf kann man auch umstellen, wenn man kein Mainboard hat, das ARGB-fähig ist. Dann kann man da verschiedene Programme durch einstellen, das werdet ihr aber dann auch noch gleich sehen. Gehen wir erstmal durch, was so mit dabei ist an so Zusatzzeug, wenn man das Gehäuse aufmacht. Erstmal Gebrauchsanweisung, die hat nur eine vorderen Rückseite. Ein Speaker ist mit dabei, ganz viele Gummiringe, wenn man Festplatten einbauen will, dass man diese entkoppeln kann. Die passenden Schrauben sind da auch noch mit dabei für Festplatten. Ansonsten noch normal Schrauben, die man so für einen PC benötigt. Was cool ist, was auch mit dabei ist, ist so eine Schraube um Abstandshalter, beziehungsweise so ein Schraubenadapter extra für Abstandshalter. So etwas feiere ich immer, so etwas kann man immer gebrauchen, weil ohne so einen Adapter ist es halt dann doch relativ blöd, Abstandshalter ins Gehäuse reinzuschrauben. Dann als nächstes kommen wir zum Innenleben vom Gehäuse. Was natürlich zuerst auffällt, sind die Lüfter. Es sind vier Sigma HP ARGB Lüfter mit 120 mm verbaut. Also wie gesagt, vier ARGB Lüfter sind gleich inklusive. Außerdem ist noch seitlich, da wo das Glas ist, nochmal quasi ein ARGB Streifen, der dann quasi ins Glas reinleuchten soll und dann nochmal so einen ARGB Effekt erzielen soll. Ihr seht dann später auf Video, wie es aussieht. Diese ganzen ARGB Geräte sind an einem Hub angeschlossen. Diese Connector Box ist ein Advanced Aurora Sync Evo PWM ARGB Controller. Ziemlich interessant. An dem sind bis zu sechs Geräte anschließbar. Fünf Stück sind ja schon angeschlossen, die vier Lüfter und dieses an der Seite dran. Einer ist noch frei und Lüftersteuerung ist auch mit drin. Hier sind ja vier Lüfter verbaut, das heißt zwei weitere Lüfter kann man noch an diese Box anschließen. Was ziemlich interessant ist, diese Box steuert man, also die Lüftersteuerung ist via PWM. Die Steuerbox am Ende steuert aber über 12 Volt. Also so wie ich das sehe, da hier ja kein PWM Stecker mit dabei ist an der Anschlussbox, er wandelt dieses PWM Signal um, sodass es am Ende eine 12 Volt Steuerung ergibt. So habe ich es jedenfalls verstanden und so steht es auch auf der Webseite. Um ARGB nutzen zu können, braucht man natürlich auch ein Mainboard, das ARGB fähig ist. Unterstützt wird Asus Aura Sync, ASRock Polychrom Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 und MSI Mystic Light Sync. Wie gesagt, das ist optional, also wenn man nicht oder kein Mainboard hat, dann kann man über den Knopf oben verschiedene Programme auswählen. Wenn man ein Mainboard hat, das es unterstützt, dann kann man es auch über Software steuern. Falls jemand ein Gehäuse hat und sich fragt, wie es funktioniert, man muss den Knopf für die Manuellsteuerung sehr lang drücken, dann wechselt er auf Software um. Aber erstmal, was kann man denn in das Gehäuse einbauen? Also CPU-Kühler bis 162 mm werden unterstützt, Grafikkarten bis 360 mm und Netzteile bis 175 mm bzw. auch 275 mm, wenn man keine Festplatten einbauen möchte. Es gibt zwei Plätze für 3,5 Zoll Schrägstrich 2,5 Zoll Platten und zwei Plätze, wo nur 2,5 Zoll Platten passen. Worauf ihr allerdings aufpassen müsst, wollt ihr den USB-Typ-C Anschluss vorne nutzen, dann braucht ihr ein Mainboard, das auch diesen neuen Connector hat. Das ist jetzt nicht mehr dieser fette USB-3 Connector, dieser blaue, sondern ist es jetzt so ein anderer. Und das haben doch nicht so viele Boards. Ja, also möchtet ihr den vorne nutzen, dann braucht ihr ein entsprechendes Board. Radiatoren, das interessiert natürlich viele, was für Wasserkühlungen passen denn rein. Also, hinten 120 mm, oben 240, Schrägstrich 280, also bis 280 passt oben. Vorne ist übrigens sehr einfach zu öffnen, das ist auch magnetisch. Wenn es schmutzig wird, weil ihr in eurer Wohnung nie saugt, ihr Dreckschweine, dann kann man das hier einfach unter Wasser heben und dann trocknen lassen. Muss man nicht sonderlich, oder muss man nicht schrauben, das ist schnell gemacht. Und vorne passt bis zu 360 mm, 280 passt aber auch. Innen drin würde noch ein 240 mm passen, sehr Sinn. Ergibt sich mir jetzt nicht, wieso man da noch einen Radiator mit reinpacken soll, aber man könnte es machen. Platz für Kabelmanagement ist auch genügend, also da gibt es auch kein Problem. Mal zwei Daumenbreiten hat man Platz für Kabelmanagement, das ist mehr als genug. Da hat man auf jeden Fall keine Probleme. Achso, Mainboards passen bis E-ATX sogar rein, also sehr große Boards. Das Gehäuse ist vom Gewicht her relativ normal. Ja, also jetzt nicht so, das ist jetzt nicht ein dickes Stahlgehäuse oder so. Es wird halt erst schwer durch das Tempered Glas, das ist nämlich immer schwer, da bricht man sich beim Verpacken immer fast den Rücken. Aber ansonsten gibt es glaube ich eigentlich nicht mehr so viel zu sagen über das Gehäuse, also jetzt nichts mehr Relevantes. Deswegen gucken wir uns mal ARGB an. Das ARGB sieht ja schon ziemlich besonders aus, sagen wir mal so. Man sieht es schön durch die Meshfront durch. Der Effekt kommt natürlich am besten, wenn es dunkel ist. Und diese verkromten Teile, die glitzern da so ein kleines bisschen dabei, was es nochmal einen ganz coolen Effekt gibt. Innen drin der eine Lüfter, der strahlt natürlich ziemlich nach innen, was es auch innen drin schön beleuchtet. Ja, wie gesagt, man kann durch verschiedene Modi umschalten. Das mache ich jetzt hier fürs Video. Man kann es aber auch, wie gesagt, per Software steuern. Das ist das, was die meisten wahrscheinlich auch wollen. Dieses über den Knopf steuern ist halt nur optional. Auch der Effekt mit dieser Seitenscheibe kommt, finde ich, es hat was. Dieses Leuchten an dieser Seitenscheibe, das hat einfach was. Finde ich auf jeden Fall recht cool, obwohl ich persönlich, ich möchte nicht, dass mein PC leuchtet. Aber viele Leute möchten das so und für die schaut es auf jeden Fall ganz cool aus. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, ist auf jeden Fall auch hier wieder mal ein bisschen was anderes. Dieses Leuchten an der Seite, das hat man dann auch eher selten. Ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendjemand hat, bestimmt. Aber auf jeden Fall sehe ich es bei dem Gehäuse zum ersten Mal. Und wie gesagt, halt einfach diese verkromten Teile vorne drauf. In der Kombination ist auf jeden Fall was Neues, das man nicht sieht. Ich habe es schon auf Twitter gepostet und viele Leute haben auch gesagt, boah, so ein Gehäuse will ich. Ja, wie gesagt, man kann es bei mir im Shop kaufen. Kostet derzeit rund 95 Euro. Der Preis könnte wieder ein bisschen nach unten gehen, wenn sich die ganze Situation wegen dem Virus entspannt hat. Aber jetzt erstmal ist er noch ein bisschen höher. Ja, wenn ihr es kaufen wollt, Link in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Ansonsten war es das glaube ich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Falls ihr habt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Dann bis zum nächsten Video.